Wie ist jetzt der offizielle Hashtag? Nicht «zmorgen», der offizielle Hashtag. «Zmorgen», oder? SRF «Zmorgen». Nein, es ist eine Frage. Ist er, oder? SRF «Zmorgen», oder? «Zmorgen», oder? SRG. SRG. Ich habe immer meine Extrawurst. Der Rebjusche, «Nethodes Society», nicht «Back to the Society». Aber meinte, die ist besser. Eine gerade Ladina Heimgartner, ehrlich zuhören, müssen wir so eine Dynamik kennen. Sie bin gerade nicht der Punkt. Ladina bringt diese drei Stichworte in Dialog mit Gesellschaft. Wir müssen dynamischer werden, wir müssen besser zuhören. Das ist das neue Team, mit dem Pressesprecher. Und Baker Walden kommt jetzt mit Publikum und Zuhörer und... Egal, was Sie tun, es ist alles vor dem Hintergrund der Nauvila-Groze-Team. Eigentlich. Nein, ich brauche keine Analyse, um besser zuhören. Das sind genau diese Vorurteile, die hier bedient werden können. Hey, Ladina Heimgartner, in Bern. Das ist die Medienkonferenz von Schill Marchant. Und das war mein erstes. Warum ist ein öffentliches Medienhaus wichtig? Das Publikum ist wichtig, um eine diversität zu halten. Juste für einen Nauvila-Groze für einen Journalismus, für eine Varietate des Programms, mein Bestes für einen Nauvila-Groze für einen Avenir, einen flotten Sport, eine Radio- und Telefonie. Und natürlich, meinst du, online. Hey, danke, guten Tag. Grüße nach dir und dich. Aber Sie waren ja im Engadin. Ja, das ist gut. Ja, es ist einfach so saugeil und du hättest jetzt hier 360 grad live streamen und hättest es nicht gemacht, was bist denn du für ein? Ich habe es so schön, Oscar. Ja, Oscar, ich finde ich habe es so schön. Es ist kein Partner in mir, so habe ich das Sternchen. Das ist jetzt ein anderer Filter. Schau. Wo, wo, wo? Du bist schön. Dann gibt es eine Hand oder blau. Oh, ich. Geht er noch geschmeckt? Das muss ich natürlich noch dokumentieren, wenn Watson bei Gilles Marchand ist. Deshalb liebe ich das Domino, weil man das sonst in der Schweiz fast nicht bekommt. Hey, vielen Dank. Deinen Gürtel reparieren, was soll das? Ich habe immer in der Schweiz das Sackmesser weisst. Oh Mann. Autorität durch Macht und Gewalt wurde abgelöst durch ein Grit und dieser Grit von den Experten. Und Experten werden jetzt abgelöst von... das ist eben die Frage. Ja, finde ich gut. Thurgau. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Jibbi! Nichts. Mist. Mindestens drei Fehler habe ich gemacht beim ersten Schnipsel heute Morgen. Noch einen vierten Fehler. Dann ein Dilemma. Und eins, zwei, drei kritische Hinweise. Das sind aber morgen. Ja.